Hahahaha Ich hoffe Servus Es ist wieder Zeit Für eine neue Folge von Pizza bitte Mit dem Tobi hinter der Kamera Wir haben uns hier die Zettel aufgeschrieben Wir haben hier ein Reckernis zu trägen, dass sie aus wie Kokosfisch ist aus dem Pazivin Ich seh übrigens schon wieder, wie du ranzoomst Du Widerling Hab mich von meiner Tracht angepasst Ich will die 28 nur mit Fleisch Bin auf Diät Tobi schüttelt gerade den Kopf mit der Hand Tobi will die 28 mit alles außer Tomaten Ich sag das genauso, weil die Türten heutzutage nichts auf die Reihe bekommen Außer den Dönerladen So schmeckt's halb nix Aber die Hälfte von halb ist natürlich ein Viertel Also schmeckt's eigentlich nicht so gut Nein Hahahaha Also nochmal zum Mitschreiben Ich will die 28 nur mit Fleisch Tobi will die 28 mit alles außer Tomaten Und wir wollen einmal die 5 Und noch was für meinen Vater Ja, was ist denn da? Ähm, hallo, schönen guten Abend. Wir würden gern was zum Liefern bestellen. Bitte sehr. Ähm, ich hätt gern die 29 ohne Soße mit Zwiebeln und Peperoni. Nicht verstanden, leider. Ohne... Ohne Soße. Ja, die 29 ohne Soße. Ja. Ähm, mit Zwiebeln und Peperoni noch. Ohne Zwiebeln und Peperoni. Genau. Okay. Und einmal, äh, noch die 11. Ja. Dann noch die 28 nur Fleisch. Sorry? Nee. Okay. Hol, äh, die 28 mit allem außer Tomaten. Okay. Und noch einmal die 5. Oh, 5? Ja. Alles klar. Was ist denn? Ja, zum Liefern bitte. Ja.